Freitagabend, kurz vor halb sieben und ja, meine Aufgabe, Katja, meine nubische Prinzessin, scheichmäßig angemessen auszuführen, hat begonnen. Der Abend hat begonnen. Wir sind vom Hotel losgefahren, hier zum Fuße des höchsten Gebäudes der Welt, dem Burj Khalifa. Da ist er. Denn hier soll es die größte Wasserfontänen-Show der Welt geben. So ein bisschen angelehnt als Bellagio in Las Vegas, habt ihr bestimmt schon mal im Fernsehen gesehen. Und das findet hier hinter uns an diesem künstlich angelegten See statt. Das Tolle ist, weil der Chef hat ja gesagt, dass die Kosten nicht auf meiner Spesenabrechnung erscheinen dürfen. Diese Veranstaltung hier ist kostenlos, denn es kostet keinen Eintritt. Das findet alle halbe Stunde statt, ab halb sieben jeden Abend. Und man kann einfach herkommen und sich das angucken. Und die größte Fontänen-Schule der Welt ist doch prinzessinnenmäßig angekuckt. Obwohl meine Oma hat immer gesagt, was nix kostet, ist nix. Naja, gut, jetzt mal. Nur ich lass mich überraschen.